Vor drei Monaten habe ich das letzte Update zu Paradox Interactive Aktie euch geliefert und vor drei Monaten wurde ich das erste Mal ein bisschen bärisch. Kurz vor dem Release von City Skylines 2 und man kann es nicht deutlich genug sagen, dieses Game, dieses Produkt war der wichtigste Release von Paradox Interactive seit dem Börsengang. Und so ein bisschen, so ein paar Vorzeichen gab es, dass dieser Release, dass das Game, dass dieses Produkt nun ja ein bisschen in den Sand gesetzt werden könnte. So ein kleines CD Projekt Dilemma sozusagen sich auch für Paradox Interactive abzeichnen könnte. Und das war auch die Kursreaktion, die wir dann nach einer sehr guten Rally im Endeffekt gesehen haben. Jetzt, wenn man nachträglich schaut, einfach mal drei Monate später, ja, das Game wurde unterm Strich etwas in den Sand gesetzt. Es ist keine Vollkatastrophe, das Game muss jetzt auch nicht komplett abgeschrieben werden, aber das Potenzial, was man hier in dem Aktienkurs hätte wiederfinden können, wurde einfach von Paradox Interactive bei weitem, bei weitem nicht ausgeschöpft. Drei Monate später sind wir hier auch bei City Skyline 2 mittlerweile von den Spielerzahlen unter den Vorgänger gerutscht. Das hat jetzt mit einer langfristigen Brille betrachtet noch nicht sehr viel zu bedeuten. Es fehlt einfach an Content, es fehlt einfach an Mod Support. Und ja, gewisserweise kann ich es auch einfach nicht verstehen, wieso man hier das Ganze tatsächlich den wichtigsten Release einfach so behandelt hat. Und einfach dieses enorme Potenzial, was dieses Produkt einen geliefert hat, auf der Strecke liegen lassen hat. Heute möchte ich mit euch trotzdem ein kurzes Update darauf bezogen eingehen, was ich jetzt einfach ganz persönlich mit meiner Aktie mache. Nach diesem Kursrückgang, was bedeutet das für die Bewertung, was bedeutet das für meine eigene Position? Ihr wisst ja, Paradox ist weiterhin die größte Position im Moment bei mir in meinem Depot. Und an sich war es jetzt, auch wenn man zunächst einmal in die Vergangenheit blickt, war, ich glaube, die Situation damals und auch das Vorgehen eigentlich sehr, sehr gut. Also wir hatten ja diesen Rückgang im Kursverlauf und ich habe genau in dieser Zone, habe ich sehr viel Paradox Interactive mir ins Depot gelegt. Mein Durchschnittseinstandskurs ist hier auch mit grün markiert, das sind etwa 17 Euro. Und wir stehen jetzt heute eigentlich nur noch knapp über diesen 17 Euro. Ja, wir standen deutlich höher über meinem Einstandskurs, über 60 Prozent knapp. Und diese Rallye hätte hier durchaus weitergehen können, ja bis zu meinem Kursziel, wenn jetzt eben dieses Produkt nicht in den Sand gesetzt worden wäre, gewissermaßen. Ja, wenn das Potenzial hier einfach von City Skylines einfach viel stärker ausgeschöpft worden wäre. Okay. Nun, nichtsdestotrotz, deswegen ist es ja auch immer wichtig, so ein bisschen auch in seinen Investment Cases eine größere, ich sag mal, eine größere Pufferzone einzubauen und eher die Sache konservativer einzugehen, falls es tatsächlich mal nicht so eintritt, wie es eintreffen sollte. Ich habe ja die ganzen Produkte, die ganzen Entwicklungen, die ja noch in der Pipeline waren, aber noch lange nicht angekündigt waren, habe ich ja im Endeffekt alle vorausgesagt, auch richtig vorausgesagt, zeitlich nicht immer richtig, ja, ich war ein bisschen früh dran. Aber die wichtigen Projekte konnte ich auf jeden Fall auch in meinem Investment Case berücksichtigen. Und jetzt können wir heute einfach sehen, ja, es war auch wichtig, so ein bisschen konservatives, konservative Schätzungen mit einzubauen. Mein Einstandskurs ist hier trotz diesen in den Sand setzen immer noch nicht erreicht. Wir befinden uns aber knapp drüber. Und wenn ich heute einfach mal dieses Update durchführe, was bedeutet das für mein Update im Investment Case? Was für Restpotenziale sind einfach in der Aktie? Gibt es irgendwo noch eine Möglichkeit, trotzdem ein Kursziel zu erreichen oder nicht? Dieses große Update wird auf jeden Fall im Februar kommen. Heute gibt es eher grundsätzlich so ein paar Sachinhalte, auch wenn ich noch nicht komplett durch bin mit meiner vollen Analyse. Wie gesagt, die kommt dann wieder im Februar mit einem riesen Video. Wird wieder sehr, sehr lange und sehr umfangreich und sehr intensiv. Kann ich euch trotzdem schon mal ein paar Updates geben zu der aktuellen Kursbewertung und was das für mich persönlich bedeutet. Wenn wir mal hier rüber blicken zum Market Screen per Mitte Januar, dann ist das heute die Bewertung der Paradox Interactive Aktie. Also man hat sehr viel Premium abgebaut und man hat auch sehr viel Fantasie abgebaut, was einfach mit diesem Release hier auch mit City Skylines 2 zu tun hatte. Das alles ist nicht mehr in der Aktie drin. Deswegen haben wir auch diesen Kursrückgang gesehen. Wirklich diese großen Fantasien für die nächsten Jahre sind raus. Das Wachstumspotenzial ist aber auch nicht mehr wirklich von den Analysten jetzt in ihren Schätzungen für die nächsten Jahre berücksichtigt. Und wir befinden uns von der Aktienbewertung her, ich sage mal irgendwo im größeren Schnitt von den anderen Gaming Aktien, die teilweise auch ein bisschen größer sind und dadurch auch nochmal geringeres Wachstumspotenzial haben. Wir können auch mal hier rüber blicken. Ja, die Aktie soll auch in den nächsten Jahren laut Analysten weiter wachsen, aber das Wachstumspotenzial wird sehr gering geschätzt jetzt von den Analysten her. Wenn ich hier mal auf diese Zahlen eingehe und mit meiner Analyse, die wie gesagt noch nicht zu 100% durch ist, aber zu 95%, dann kann ich durchaus sagen, dass das hier sehr konservativ geschätzt ist von den Analysten. Hier gibt es tatsächlich kein einziges Game mehr, das irgendwie für Überraschungen sorgen könnte, das jetzt irgendwie positiv überrascht, sondern es ist eher ein sehr, sehr konservatives Szenario. Vor allem, wenn man auch darauf eingeht, dass wir hier erst vor einigen Monaten bei Paradox Interactive ja auch eine größere Analystenkonferenz, kann ich das so ein bisschen sagen, oder einen Kapitalmarkt, eine Kapitalmarktpräsentation, die wir hier gesehen haben. Und wenn wir auch einfach auf diese Zahlen hier eingehen, die damals präsentiert worden sind, da kann man sehen, dass zum Beispiel das Wachstum in diesen Core-Projekten bei etwa 20% pro Jahr liegt in den letzten sechs Jahren, wenn man vor allem wirklich nur die wichtigsten Kerntitel sich rausnimmt. Und diese wichtigsten Kerntitel machen im Endeffekt jetzt hier in der Zahlenbetrachtung etwa 80% aus. Das heißt, die Analysten gehen jetzt zum einen daher und sagen, hey, wir haben jetzt keine großen Überraschungen mehr in der Pipeline. Und wir schätzen auch zusätzlich, dass dieses Wachstum in den Kernprodukten, das heißt Crusader Kings, Europa Universalis, Cities Skylines, Victorias, Stellaris, dass das dann im Endeffekt auch deutlich nachlassen sollte und die Nachfolger auch in Zukunft nicht so erfolgreich sein sollten, falls welche kommt. Aber dazu dann im nächsten Video mehr. Und hier einfach wirklich eine sehr konservative Schätzung einfach herangezogen wird. Das ist vielleicht auch so ein bisschen den Vorteil, den man jetzt aktuell sehen kann, wenn man jetzt die Aktie sich ins Depot holen möchte. Diese Rallye, die wir hier gesehen haben, war verantwortlich vor einem großen Titel von Cities Skylines 2. Und hier, nachdem dieser Titel etwas in den Sand gesetzt wurde, ist er kurz zurückgegangen. Und die Analysten aktuell haben einfach keine Fantasie mehr in der Aktie, wo man jetzt auch langfristig sagen kann, hey, da kommt der nächste große Blockbuster. Und das könnte die Aktie um den Umsatz um vielleicht nochmal 50% von Jahr zu Jahr steigern. Das ist nicht in den Analystenschätzungen mit drin. Das ist aber auch im Endeffekt vielleicht gar nicht so schlecht für die Paradox Interactive Aktie, denn die Aktie und die Games waren immer schon so ein bisschen auf sehr langfristiges, dauerhaftes Wachstum ausgerichtet, wie wir eben auch hier in dieser Kapitalmarktpräsentation hier auch entsprechend gesehen haben. Und der Trend zurück zu diesen Core-Titeln dürfte dann vermutlich auch für die nächsten Jahre einiges an Wachstum in diesen Kerntiteln bedeuten. Das Wachstum bedeutet auch, das Wachstum wird etwas geringer sein. Das ist jetzt auch so ein bisschen Update zu meinem Investment Case von vor ein paar Jahren. Das Wachstum wird geringer sein, aber die Profitabilität sollte deutlich zunehmen. Das heißt, es wird weiter gewachsen, vielleicht nicht mit diesen 20%, vielleicht mit 10%, vielleicht mit 15%, aber dieses Wachstum wird sehr, sehr profitabel sein. Das heißt, im Endeffekt kann man das direkt dann auch direkt in eine Cashflow-Wachstum überleiten. Wir gehen trotzdem vielleicht nochmal kurz zu den Analysten rüber, denn ein Blick ist auch hier nochmal sehr interessant, auf den wir werfen können, nämlich, wenn wir mal hier die Analystenschätzungen so ein bisschen auf die eingehen. Wie waren die Analysten eigentlich die letzten Jahre immer eingestellt gegenüber der Products Interactive Aktie? Da haben wir eine Phase gesehen, als die Analysten angefangen haben, massiv ihre Kursprognosen zurückzunehmen. Und das war auch genau die Phase damals hier, wo ich massiv die Aktien zugelegt habe. Damals hat kein einziger Analyst hier in diesem Rahmen irgendwo die Aktie zum Kaufen empfohlen. Im Gegenteil, alle waren sie irgendwie beim Halten oder so. Und ich habe genau diesen Moment hier damals gesagt, hey, das ist genau der perfekte Zeitpunkt als Vorausschau. Damals war noch nicht mal City Skyline 2 irgendwie auf dem Radar von den Analysten. Ich habe gesagt, hier, der Titel kommt, da könnt ihr euch darauf verlassen, der Titel kommt, der Titel ist in Produktion. Und dadurch wird es auch bedingt eine größere Rallye geben. Wir haben die Aktienposition hier aufgebaut, die Rallye sind tatsächlich passiert gekommen. Die Analysten haben reihenweise nach massiv ihre Kursprognosen nach oben angehoben. Und heute nun, da fangen wieder die Analysten an, die Kursziele zu rasieren. Gleichzeitig sind sie aber jetzt das erste Mal seit vielen Jahren im Kaufen-Modus. Das heißt, sie haben jetzt eher wieder ein positives Kursziel und sagen dann auch, okay, hey, wir empfehlen die Aktie zum Kaufen. Das hatte Products & Active schon lange nicht mehr, dass wir tatsächlich von vier Analysten, drei Analysten empfehlen, hey, die Aktie ist ein Kauf. Und das hat auch hier ein bisschen mit dieser Prognose zu tun oder mit diesen Analysten-Schätzungen. Wir sind ja hier praktisch in diesen Zeitraum massiv in diese Prognose-Erhöhungen reingekommen, vor allem für City Skyline 2. Das hat sich dann deutlich reduziert, was wir hier gleichzeitig sehen können. Die Analysten nehmen für die Folgejahre ihre Prognosen noch nicht zurück. Und jetzt kann man so ein bisschen auf einen Punkt eingehen, nämlich diese Analysten-Schätzungen wären auch damals pulverisiert worden, wenn der Titel so reingekommen wäre, wie ich ihn abgeschätzt hätte. Ja, dann hätten wir auch hier für die Folgejahre massiv weiter von den Analysten-Schätzungen Prognose-Erhöhungen sehen müssen. Und das sehen wir jetzt nicht, sondern die gehen so ein kleines bisschen zurück, bleiben stabil. Und hier muss man jetzt sagen, wird City Skyline 2, was ja technisch jetzt keine Vollkatastrophe war, wenn es gelingt, vielleicht langfristig das Potenzial auszunutzen, dann dürften hier diese Prognosen auch für die Folgejahre immer noch zu gering sein. Dann waren wir praktisch in diesem Uptrend nach oben, wurden dann mit diesem schlechten Release so ein bisschen nach unten abrasiert. Aber der langfristige Trend könnte dann durchaus wieder nach oben drehen und die Analysten könnten dann wieder in diese Situation reinkommen, wie wir sie hier gesehen haben, nämlich dem Aktienkurs wieder am Ende hinterher rennen und ihre Prognosen erhöhen. Das Positive jetzt aus dieser Hinsicht ist, dass die Analysten zumindest wieder, ja aus ihrer Sicht zumindest wieder jetzt die Aktie zum Kaufen empfehlen. Ich habe jetzt noch nie sehr viel auf die Analysten-Meinungen gegeben. Ihr kennt es ja, wer meine Videos der letzten Jahre gesehen hat, weiß, ich rechne meinen Umsatz, meine Ergebnisszahlen immer komplett alles selber durch, um auch zu schauen, okay, was schätzen die Analysten, sind ihre Prognosen eher konservativ, sind sie vielleicht viel zu hoch. Gibt es ja auch manchmal Aktien, wo ich dann etwas durchrechne, auf Produktbasis den Umsatz und dann sehe ich, hey, keine Ahnung, wie die Analysten auf diese Zahlen kommen für die nächsten zwei Jahre, wird schwierig. Und hier ist das jetzt im Moment genau das Gegenteil. Also diese Schätzungen, was ich hier auch von den Analysten sehe, sind eher konservativ. Das will ich auch kurz zu ein paar Zahlen übersetzen. Wir kennen ja, hier vielleicht nochmal kurz einen Blick zurück, ja, wie viele Games in der Pipeline, also es sind jetzt Games, die tatsächlich, ich sag mal, im Core-Pipeline sind. Das hat jetzt noch nichts mit dem Publishing-Arm zu tun, der ja auch nochmal drei, vier Projekte pro Jahr raushaut, sondern hier neun wichtige Core-Games sozusagen in der Pipeline von Paradox Interactive. Und was hat das zu bedeuten? Wir haben jetzt erst mal fünf tatsächlich schon mal vorgestellt und davon werden alle dieses Jahr noch erscheinen. Das heißt, im Jahr 2024 werden wir sehen, Prison Architect 2, Millennium Foundry, Life by You und Bloodlines 2. Übersetzt in die Analystenzahlen, die wir hier sehen können, vor allem bezogen hier auf den Umsatz, bedeutet das jetzt einfach mal folgendes Bild. Jeder kann sich dann selber sagen, ob das sehr konservativ ist oder nicht, aber im Endeffekt, habe ich es mal durchgerechnet, etwa 100.000 verkaufte Kopien von Millennia für das ganze Jahr, kann man dann mehr oder weniger als Flop bezeichnen. Ähnlich auch für Foundry, 100.000 verkaufte Kopien. Prison Architect und Life by You sind dann tatsächlich etwas besser, aber auch die werden jetzt im März erscheinen, das heißt, die Laufzeit für das ganze Jahr ist dann noch viel, viel stärker. Auch hier habe ich dann, um auf diese Zahlen von den Analysten zu kommen, 500.000 verkaufte Kopien von Life by You und 500.000 verkaufte Kopien von Prison Architect 2. Jetzt einfach nochmal so ein bisschen zum Vergleich, ja, Crusader Kings 3 hat innerhalb von einem Monat eine Million Kopien verkauft. Einfach nochmal so ein bisschen in den Raum geworfen, City Skyline 2 ist das gleiche gelungen. Klar, das sind jetzt Projekte, die sind deutlich größer, aber man muss auch sehen, Prison Architect 2 hat seit dem Release auch schon mehrere Millionen Kopien in den letzten zehn Jahren verkauft. Deswegen gibt es da schon mal eine Fanbase, die sich durchaus dieses Spiel holen dürfte. Bei Life by You, einer Live-Simulator und die ganze Sims-Community schreit seit Jahren nach einem Nachfolger. Das Interesse bei beiden Spielen ist durchaus gegeben, deswegen halte ich 500.000 verkaufte Kopien für das gesamte Jahr schon durchaus als sehr konservativ betrachtet. Und dann gibt es noch Ende des Jahres Bloodlines 2. Dieser Titel wird ein Flop, auch hier basierend auf das Potenzial. Vor einigen Jahren wäre das auch ein Multimillionen-Hit gewesen mit mehreren Millionen verkaufter Kopien innerhalb der ersten drei, vier Monate. Ja, das wird nicht passieren. Hier habe ich jetzt auch einfach nur mit 500.000 Kopien gerechnet für dieses Jahr. Das heißt dann im ersten Monat, in den ersten Quartalen, in den ersten drei Monaten 500.000 Kopien. Das dürfte für Bloodlines 2 auch ein Flop sein, vor allem, weil das Potenzial viel höher ist. Aber auch hier kann man dem Endeffekt darauf abschätzen, die Reaktion von der Community ist sehr, sehr verhalten. Vielleicht ist hier auch so ein kleiner Überraschungserfolg dann vielleicht ein bisschen drin, wenn das Game tatsächlich besser wird, als jetzt viele erwarten. Aber man kann schon sehen, wenn man hier rechnet, 500.000 Kopien hier, 500.000 hier, 500.000 hier und jeweils hier nur 100.000 Kopien für das ganze Jahr 2024, dann ist das schon eine sehr konservative Schätzung. Und dann muss da nochmal hinzukommen, dann komme ich auch nur auf diese Zahlen von den Analysten, wenn gleichzeitig die anderen Projekte, ja, also da kein Wachstum mehr herkommt. Also Herz of Iron nicht mehr weiter wächst, Crusader King nicht mehr weiter wächst, Stellaris nicht mehr weiter wächst und so weiter. Ja, dann komme ich auf diese Zahlen. Für das nächste Jahr sehen wir schon, ja, das Wachstum wird einfach von den Analysten sehr gering eingepreist. Was ich auch euch schon mal so ein bisschen als Voraus sagen kann. Ich habe ja, ich versuche ja immer meine Analysen sehr intensiv nach unten aufzubrechen und das erfolgt meistens, wenn ich mir die Produkte anschaue und das Marktpotenzial von diesen Produkten anschaue. Dazu bezogen auch die Kosten, die entstehen, um dieses Produkt herzustellen. Eins kann ich euch sagen, wer ein, vielleicht die Aktie jetzt auch kauft, aber jetzt so eher sich im Gaming-Bereich auch befindet, ein positiver Sachverhalt für euch, ja, Europa Universalis 5 dürfte wahrscheinlich dieses Jahr im Herbst angekündigt werden. Ich erwarte wieder so eine PDX-Con, wie wir vor einigen Jahren gesehen haben und dort dürften wir dann EU 5 tatsächlich als, ja, als neuen Titel dann sehen, der dann im Folgejahr kommt. Und alleine dadurch, durch einen neuen Titel und wenn City Skyline 2 sich stabilisiert, auf den Konsolen dieses Jahr erscheint, der Mordsupport kommt, sehe ich eigentlich fast kein Szenario, wo diese Zahlen nicht geschlagen werden sollten. Das heißt, die Analystenschätzungen meiner Meinung nach weiterhin sehr konservativ und wir sind einfach hier in diesen Analystenerhebungen, diese Prognosenerhebungen, wurden wir einfach kurz abgeschnitten, indem einfach tatsächlich ein Projekt in den Sand gesetzt wurde. Ja, sowas gibt es auch, aber deswegen braucht man auch immer so ein bisschen eine Sicherheitszone bei seinen Aktienkäufen. Und jetzt zurück einfach bezogen auf die Bewertungen, was ich jetzt mit der Aktie mache. Also wenn ich mir das Aktien- oder das Kurspotenzial weiterhin grundsätzlich anschaue, auch eine Free Cashflow-Analyse durchführe, auch grundsätzlich mal anschaue, okay, was ist ein Fair Value der Aktie, dann bin ich hier aktuell, ganz grob, ohne jetzt groß für das kommende Video so vorwegzugreifen, dann bin ich hier knapp 60% in einer Unterbewertung drin. Das heißt, der eigentliche Kurs nach diesem Flop von City Skylines 2 dürfte eher einen fairen Wert hier bei 320 schwedischen Kronen haben, also 60% höher müsste meiner Ansicht nach der Kurs stehen. Dadurch bin ich ein kleines bisschen bullischer als die Analysten hier mit ihren Kurszielen. Ja, hier eine obere Preisspanne von den Analysten liegt irgendwo bei 280, meins bei 320. Liegt aber auch daran, dass ich einfach sage, hey, ich denke nicht, dass hier die Analysten sich auch die Mühe gegeben haben, den Restkatalog zu analysieren. Und wenn ich mir den Restkatalog anschaue, das heißt auch hier wieder bezogen auf die neun Projekte, fünf Projekte davon sind ja angekündigt, bleiben noch vier und was ist in diesen vier drin? Naja, ich kann schon mal sagen, in diesen vier Projekten sind definitiv Kern-Games drin, die auch direkt als Grand Strategy Game kommen, wo nochmal das Wachstum, das Core-Wachstum nochmal deutlich stärker ist und EU5 ist eines davon. Der Rest, wie gesagt, gibt es dann im Februar. Ein paar Daten muss ich auch nochmal analysieren und sicher gehen. Bezogen hier auf die Aktienbewertung aktuell komme ich einfach heute zu dem Schluss, dass das Fair Value der Aktie um etwa 60% höher liegt und ich werde auch tatsächlich, wenn der Aktienkurs nach dieser wieder sehr schlechten Kursentwicklung der letzten Wochen unter meinen Einstandskurs fällt, werde ich meine Position, auch wenn es schon die größte Position bei mir im Depot ist, einfach weiter aufbauen. Das heißt, der nächste Kauf wird dann etwa hier auf diesem Niveau liegen, 10% irgendwo unter meinem aktuellen Einstandskurs und dann werde ich stückchenweise die Aktie immer weiter aufbauen, falls sie weiterfallen sollte. Also sie ist jetzt schon attraktiv auf dem aktuellen Kursniveau und je tiefer die Aktie fällt, desto mehr werde ich die Aktie aufstocken. Also wenn die Aktie jemals wieder auf diesen Kursbereich kommen sollte, dann, keine Ahnung, verkaufe ich alles, was ich habe und gehe Geld sammeln und kaufe mir jeden Tag irgendwie Products in der Active Aktie von dem ganzen Geld, was ich pro Tag einsammeln werde. Dieses Level ist hier dann einfach so mega attraktiv. Dazu werden wir aber vermutlich nicht kommen, sondern ich habe einfach wieder so tranchenweise mir einfach Ziele hingelegt, wo ich sage, hier einen Kauf, hier einen Kauf in den Leveln und dann werde ich die Aktie immer weiter zukaufen, falls wir hier auch diesen langfristigen Trend reißen sollten. Auch das ist wie gesagt nicht gegeben. Vermutlich wird die Aktie eher, nachdem sie hier vielleicht irgendwie in eine überverkaufte Zone reinkommt, vermutlich dürfte sie dann eher wieder ein bisschen drehen. Denn, wie gesagt, die Analystenzahlen sind meiner Ansicht nach so konservativ, dass Paradox Interactive auch nicht allzu große Mühe haben dürfte, diese in den kommenden Quartalen dann auch tatsächlich zu schlagen. Auf einen besonderen Punkt möchte ich jetzt auch nochmal eingehen, der bei mir in der Analyse so ein bisschen rausgekommen ist, wo wir heute sagen können, ja, die Aktie ist jetzt tatsächlich attraktiv bewertet auf diesem Niveau und je tiefer sie fällt, desto attraktiver wird sie noch weiter. Es gab aber nochmal eine Situation, die ich jetzt nochmal in diesem Video vor allem hervorheben möchte. Es gab ja zum Zeitpunkt, als hier diese Kapitalmarktpräsentation rausgekommen ist, gab es sehr viele Gerüchte, dass der CEO und ich sag mal der Großaktionär von Paradox Interactive sich überlegt, die Aktien oder das Unternehmen zu verkaufen. Das heißt, das Unternehmen jetzt irgendwo auf den Finanzmarkt kommt und dann Tencent, Microsoft oder wer auch immer daherkommt und sagt, wir schlucken jetzt das Unternehmen mit einem Premium. Die Gerüchte sind jetzt etwas wieder abgeflacht, aber wenn wir mal grundsätzlich schauen, gibt es vielleicht auch so von der Einordnung her, könnte es dieses Jahr am wahrscheinlichsten sein, falls Frederick West, also falls der Großaktionär tatsächlich vorhat, das Unternehmen zu verkaufen, schätze ich es als relativ hoch ein, falls er es will, dass es dieses Jahr passiert. Dazu einfach mal ein paar Punkte. Ja, wir haben ja zum einen hier die Situation in der Ownership Structure, also praktisch, wer hat die größten Aktienanteile an dem Unternehmen. Hier ist auch Frederick Wester, der CEO und Gründer, mehr oder weniger kann man sagen, er hat 33% der Aktien. Dann gibt es diesen großen Investmentfonds, der seit jungen Tagen von Paradox Interactive mit dabei ist und beide zusammen haben hier 50%, haben also absolute Macht und könnten dann entscheiden, ob sie die Aktie verkaufen oder nicht. Nun, wer konnte Käufer sein? Tencent, beispielsweise Tencent ist hier seit einigen Jahren wieder dabei, seine Aktienposition weiter aufzustocken. Man hatte mal einfach mal eine strategische Beteiligung von 5%. Die hat man in den letzten drei Jahren massiv ausgebaut auf 10% und ist auch in den, ich schätze mal, dass es vielleicht auch in den kommenden Monaten weiterhin ein bisschen aufbauen könnte und Tencent dann irgendwo Richtung 15% Beteiligung am Ende geht, das halte ich durchaus für möglich und dann, wenn es dann eben zu einer Verkaufssituation kommen könnte, könnte dann der Frederick Wester sagen, okay, Tencent, ihr habt schon mal 15%, hier für den Restwert will ich hier ein Premium von x Prozent, ja. Das ist zum Beispiel der eine Punkt, Tencent wäre hier definitiv als ein potenzieller Käufer dabei. Wieso Tencent auch grundsätzlich interessiert wäre? Nun, man muss sagen, Tencent hat ja vom chinesischen Markt, bekommt es die letzten Jahre im Gaming-Umfeld immer größere und größere Hürden. Man kann dann auch nicht mehr, ich sag mal, unendlich die Gamer spielen lassen. Da ist der westliche Markt für Tencent so ein bisschen, ja, ich sag mal, von den Regulierungen her, im Gaming-Umfeld gibt es sehr, sehr wenig Regulierungen auf dem westlichen Markt. Da ist natürlich es sehr attraktiv auch für Tencent, sich weiter global auszubreiten mit seinem Kernbereich, mit dem Kernbereich Gaming und dort dann eben auch auf andere Märkte zu gehen, die dann eben noch nie so streng reguliert sind wie zum Beispiel in China. Also Tencent wird auf jeden Fall zur Seite stehen, um hier sofort Paradox Interactive zu kaufen, falls Frederick Wester verkaufen möchte. Der andere große Player ist ganz klar Microsoft. Auch die haben jetzt, nachdem sie Activision Blizzard schlucken durften, haben sie weiterhin Hunger. Wir haben ja auch in den offiziellen Gerichtsunterlagen gesehen, dass Microsoft einige Studios im Blick hatte. Und da war sicherlich Paradox Interactive auch ein wichtiges, wo man sehr gerne übernehmen wollen würde. Dann als nächster Punkt, der dann hier so ein bisschen auch, ich sag mal, ein weiteres Unternehmen, das hier sehr aktiv werden könnte, wäre Take-Two. Take-Two und Paradox würde sogar auch passen, wenn man grundsätzlich mal das Portfolio anschaut, da würde das Portfolio von Paradox Interactive richtig gut tatsächlich zu Take-Two passen. Zum einen wirklich in diesem eher, ich sag mal, erwachsenen Gaming-Bereich, eher so Open-World-mäßig, RPG-mäßig, würde das ganze Bloodlines und World of Darkness, der ganze Katalog dort sehr gut reinpassen. Und wir haben ja gesehen, ja, auch wenn Bloodlines 2 vielleicht dieses Jahr eher ein Flop wird, das liegt weniger an dem Potenzial in der Community, die tatsächlich Millionen an verkaufter Kopien am Ende generieren könnte. Und zum anderen gibt es ja nochmal den Bereich 2K, das heißt auch hier Civilization und so weiter, Strategie-Bereich. Auch hier könnte Paradox tatsächlich für Take-Two ein sehr schmackhafter Übernahmekandidat sein, der dann das Portfolio sehr, sehr stark ergänzen könnte. Also wir haben jetzt hier schon mal drei große Namen, Take-Two Interactive, Microsoft und Tencent. Und die würden sich dann am Ende in so einem Beta-Wettbewerb sicherlich einiges Geld aus der Tasche ziehen lassen, vor allem wenn man mal hier auf die Bewertung wieder blickt. Mit einer Bewertung von 2025 sind wir deutlich oder sogar auch mit einer aktuellen Bewertung sind wir deutlich unter dem Bewertungseffekt mit dem eingepreisten Wachstum, unter dem Activision Blizzard von Microsoft gekauft wurde. Also hier sehen wir durchaus nochmal weiteres Potenzial in dem Premium. Das Premium kann bezogen auf den heutigen Aktienkurs sicherlich 50, 60, vielleicht auch sogar 80 Prozent über dem aktuellen Kurslevel sein. und dann wäre es immer noch sehr schmackhaft für diese großen Unternehmen, Paradox Interactive einfach mit diesem Produktportfolio zu kaufen. Wir sehen auch, Fredrick Wester hat ja vor einigen Monaten so ein Interview gegeben gehabt, wo er dann sagt, das ist vielleicht auch ganz interessant, Fredrick Wester ist ja vor einigen Jahren nach Spanien ausgewandert, hat ja auch seine CEO-Rolle abgegeben und war einfach nur mehrheitsaktionär noch. Nachdem das dann so ein bisschen kritischer wurde, auch mit den ganzen Projektentwicklungen und der Kurs von Paradox Interactive, dankenswerterweise dann damals auch abgerauscht ist nach unten, ist an Fredrick Wester zurückgekommen, aber er sieht sich weiterhin, denke ich mal, einfach in der spanischen Landschaft und er hat dort auch einen Drittliga-Verein, ja, noch nicht gekauft, aber er hat sich 20 Prozent Beteiligung an diesem Drittliga-Verein gesichert und er hat auch hier in dem Interview vor fünf, sechs Monaten gesagt, hey, ich möchte meine Anteile hier an diesem Verein auf diesen Frühling, also im Frühling 2024 auf 34 bis 35 Prozent erhöhen. Damals, wie gesagt, auch aufgrund dieser Aussage und dann dieser erstmaligen Kapitalmarktpräsentation, haben dann viele gesagt, ja, okay, Fredrick Wester steht kurz vor dem Verkauf. Man muss dazu sagen, er wird diese 34 bis 35 Prozent alleine schon dadurch bekommen können, indem Paradox Interactive eine Dividende auch dieses Jahr wieder erneut ausschüttet, zwei schwedische Kronen pro Aktie, vielleicht auch drei schwedische Kronen pro Aktie und dann hat sicherlich auch Fredrick Wester genug Kapital, um seinen Anteil von 20 auf 40 Prozent dann am Endeffekt, wenn er es haben möchte, weiter auszubauen. Dennoch muss man hier sagen, okay, wie hoch ist das Interesse von Fredrick Wester weiterhin, einfach, ja, das Unternehmen zu halten oder will er sich irgendwann mit, sucht er vielleicht mit 50 Jahren einfach dieses Exit, kann auch sein, will dann vielleicht nur noch ein schönes Leben in Spanien, könnte ich mir vorstellen. Ich halte es nicht für ausgeschlossen, vor allem muss man auch dazu sagen, jeder Mensch verkauft zu einem Preis, der für ihn dann attraktiv ist, ja. Und hier schätze ich jetzt auch so ein, dass wir dieses Jahr auch hier aufgrund einer neuen Studie definitiv eher wieder sehr viele Übernahmen sehen werden. Auch hier in dieser Studie wird auch hier darauf eingegangen, dass vor allem Microsoft Tencent, aber auch Take-Two eben sehr, sehr stark in diesen M&A-Markt wieder eintreten werden und relativ viele Übernahmen, wie wir jetzt im Jahr 2024 sehen sollten. Übernahmen auch, die sich vielleicht diese Unternehmen wieder relativ viel kosten lassen werden. Vielleicht auch zu dem Vergleich, ja, wir haben jetzt dieses Jahr, das Gaming-Umfeld ist etwas schwieriger jetzt in diesem Jahr. Es ist jetzt nicht mehr 2020, wo jeder zu Hause hockt und einfach nur ganze Zeit Games spielt oder so. Nein, die Leute gehen jetzt auch viel mehr verstärkt raus. Und der Gaming-Markt ist etwas schwieriger. Gleichzeitig werden jetzt aber hier auch deutlich die großen Player auf den Markt treten, laut dieser Studie auch, um auch kleinere und mittlere Unternehmen einzuverleiben. Und da ist eben Paradox Interactive wahrscheinlich eines der weltweit attraktivsten Gaming-Studios. Weiterhin Wachstum, tolle langfristige Marken mit langfristigem Potenzial und einfach jetzt schon sehr, sehr hoher Profitabilität. Eines der profitabelsten Gaming-Unternehmen weltweit. Deswegen müssen wir noch aus dieser Richtung sehen, ja. Wenn Fredrik Wester sich überlegt vielleicht zu verkaufen, könnte dieses Jahr wieder aufgrund von aktivierten und stärkeren M&A-Aktivitäten vielleicht das Jahr sein, wo man vielleicht sieht, dass Paradox Interactive an Tencent verkauft wird oder Take-Two oder Microsoft. Ich spekuliere darauf nicht. Ja, wer darauf spekulieren könnte, für den ist auch dieses aktuelle Kursniveau durchaus attraktiv. Wer darauf spekulieren will, wie gesagt, ich spekuliere nicht darauf. Aber man muss halt gleichzeitig sehen, ja. Wenn die Aktie weiter fällt, dann ist sie alleine schon aus Grund von fundamentalen Bewertungsdaten so attraktiv. Und gleichzeitig kommt ja eigentlich immer dieser bisschen, dieser Premium-Gedanke mit hinzu, dass es ja als grundsätzlicher Übernahmekandidat ohnehin mega, mega attraktiv ist. Jetzt kommt in den nächsten Wochen noch im Februar, nachdem wir die Quartalszahlen für das Q4 gesehen haben, werde ich euch nochmal ein Riesen-Update-Video geben, wahrscheinlich eine Stunde lang, wo wir einfach eine Stunde lang nochmal tatsächlich über jedes einzelne Projekt reden werden, wo ich die Zahlen komplett aufreiße vom Umsatz her für die kommenden fünf Jahre und wir dann auch aufgrund von einem DCF-Modell vielleicht auch nochmal, also das Counted Cashflow-Modell, auch nochmal einen aktuellen Wert uns berechnen. Da fehlen mir noch ein paar kleine Details. Aber wer für sehr, sehr intensive, detaillierte Aktienanalysen hier ist, ja, könnt ihr euch schon mal freuen. Im Februar wird definitiv wieder ein sehr schönes Video kommen. Jetzt würde mich nur noch interessieren, was du mit einer Perlix Interactive Position machst, ja. Stockst du, wie ich, weiter auf, wenn der Aktienkurs fällt oder sagst, boah, ein Depot ist schon so aufgebläht mit Paradox, jetzt warte ich erstmal ab und gucke, was passiert. Vielen Dank dafür für's Zuschalten und bis zum nächsten Mal. Dein JD. Ciao.